Moin allerseits, ich bin Sven und heute gibt es den versprochenen zweiten Teil zu eben diesem Seven vs. Wild-Hype, habe ich im letzten Beitrag schon gesagt. Da haben einfach so viele nachgefragt, dass ich mich dann doch dazu entschlossen habe, ein Video zu machen. Und ich habe im letzten Video schon gesagt, dass ich die Klamotten nochmal extra mache und genau das wird eben dieses Video hier. Dann bin ich damit auch durch, also für all diejenigen, die davon genervt sind. Mehr Videos kommen dann in die Richtung nicht. Klamotten wird ein wesentlich kürzeres Video als das letzte. Das letzte war ja unendlich lang geworden, aber da gab es einfach auch viel zu erzählen. Bei den Klamotten war bei mir eigentlich gar keine große Überlegung, also eigentlich gar keine Überlegung da und da gab es für mich auch keine Alternativen. Und da will ich auch wirklich nur einmal nur kurz darauf eingehen, was ich dabei habe und warum ich das dabei habe. Für mich ganz klar Wolle. Nicht nur, weil Wolle etwa 80 Prozent der wärmenden Eigenschaften hält, selbst wenn es kitzsch nass ist, auch einfach vom Tragegefühl, von der Atmungsaktivität und alledem her ist Wolle für mich draußen einfach ideal. Natürlich ist Wolle nicht so abrieffest, wie es Cordura ist beispielsweise. Das ist ganz klar, es ist eine Naturfaser. Dementsprechend findet dort auch mehr Abrieb statt, als es bei einer Kunstfaser der Fall ist. Aber nichtsdestotrotz hat man da wirklich lange was von und diese Fasern gehören einfach nach draußen und sind ideal dafür. Ich meine, da kommen sie schließlich her, hat seine Gründe. Ich gehe einfach mal alles schnell durch und ich fange mal an bei der Honor-Büchse. Die habe ich jetzt hier nicht liegen, die ist nämlich gerade in der Wäsche. Da würde ich einfach eine Merino-Unterhose nehmen. Thermo-Unterhosen oder dergleichen sind verboten, wenn ich das richtig verstanden habe in den Regularien. Dementsprechend würde ich da einfach normale Merino-Boxer mitnehmen. Ganz einfach deswegen. Merino-Wolle müffelt nicht so schnell und nimmt einfach, die Bakterien haben dann nicht so die Möglichkeit, sich dort anzusiedeln. Und es lässt sich auch gut auslüften. Das wäre sowieso in so einer Situation wichtig, dass man da einfach auch darauf achtet, dass man da nicht irgendwie so eine lebende Jauchegrube wird. Das Reinigen ist einfach absolut wichtig. Das sollte einfach auch zur täglichen Routine dazugehören. Denn sonst kann es auch wieder dazu kommen, dass man sich im Wolf läuft, dass man irgendwas scheuert, dass da irgendwas wächst, was nicht wachsen soll. Wird halt einfach unschön. Und da macht es zum Beispiel Sinn, Merino-Unterhose über Nacht einfach schön auslüften lassen, regenfest, dass das einfach ausgelüftet werden kann. Dass man sich einfach entsprechend so sauber hält, wie es eben möglich ist. Und wie gesagt, das war es schon auf jeden Fall. Ich meine, man hat Moos da. Das war auch eine Frage, die aufgekommen ist. Wie kann ich mir dann den Hintern sauber machen und so weiter und so fort. Zum einen würde es dieses Problem nicht so oft geben, weil ihr habt nicht so viel zu essen. Das ist das eine. Und zum anderen habt ihr Moos da und das geht hervorragend. Moos ist wie ein Schwamm. Ja, das wird sauber. Socken, ganz klar. Auch Wolle habe ich jetzt. Dicke Wollsocken, die ich auch schon seit Ewigkeiten habe und die einfach super funktionieren. Es ist wirklich fast alles aus Wolle, bis auf zwei Sachen. Bei den Socken würde ich auch auf Wolle gehen, weil die einfach super angenehm sind an den Füßen. Ich habe da drinne nie Probleme mit schwitzigen Füßen oder dergleichen. Und auch da hat man wieder diesen Faktor, ja, dass sich da keine Feuchtigkeit so staut und dass, selbst wenn es mal nass geworden ist, das ist einfach vom Tragen her, sowohl vom Tragegefühl her, als auch von den wärmenden Eigenschaften her nicht so das Thema. Als Mütze, auch ganz klar eine dicke Wollmütze. Auch das ist selbstverständlich ist für die Nacht gut. Ihr wisst nicht, wie warm es am Tag ist, wie warm es in der Nacht ist, beziehungsweise wie kalt es jeweils ist. Und wenn ihr dann auch was habt, die meiste Wärme geht einfach über den Kopf verloren. Deswegen hat auch alles, was ich an Jacken mit dabei habe, hat nochmal eine Kapuze, damit man das einfach so dicht wie möglich machen kann. Und auch, ja, sich das nochmal vor die Augen mitmachen kann. Leider ist, soweit ich weiß, ein Buff nicht mit in den erlaubten Sachen drin. Soweit ich das mitbekommen habe, also ich hatte mitbekommen, einmal eben, ja, eine erste Schicht, sprich ein Shirt, Longsleeve oder was in der Richtung, eine wärmende Jacke, dann eine Außenhautjacke, eine Hose, Socken, Handschuhe, Mütze und Gürtel. Das waren jetzt die Sachen, die ich da mitbekommen hatte. Wenn auch irgendwas anderes erlaubt ist, dann ergänzt es gerne, aber hiermit fahre ich schon ganz gut. Das Einzige, was mir hier tatsächlich fehlen würde, das wäre ein gutes Merino Buff. Das würde ich ansonsten noch mit einpacken. Ansonsten, wie gesagt, dicke Socken, dicke Wollmütze. Als Handschuhe habe ich hier die Mechanics. Die sind sehr cool, weil man sehr viel, ja, seiner Fingerfertigkeit behält. Ich würde sie aber nicht, nicht unbedingt mitnehmen, sondern ich würde da einfach auf robuste, einfache Lederhandschuhe, also Arbeitshandschuhe gehen, die man im Baumarkt für, was weiß ich, 3-4 Euro bekommt. Die habe ich gerade nicht. Ich nutze meistens die tatsächlich, weil die einfach super praktisch sind, weil man halt mal seine Fehlerfertigkeit behält. Aber das geht mit den Lederhandschuhen, mit den dicken auch, aber die sind einfach noch dicker. Damit könnt ihr auch mal, ja, was Heißes anpassen, anpacken, ohne dass da irgendwas passiert. Die sind sehr stichfest, also jetzt natürlich nicht mit dem Messer, aber einfach für Splitter und dergleichen. Und insgesamt wesentlich robuster, als dass die Mechanics sind. Ihr könnt damit halt vernünftig arbeiten. Ihr könnt anpacken, ihr könnt Holz packen. Wenn ihr mal irgendwo durch Büsche durch müsst, da sind Dorn und so weiter, da könnt ihr halt überall mit rein langen, ohne dass eure Finger irgendwie in Gefahr sind. Vieles geht mit den Mechanics auch, aber sie sind halt natürlich deutlich dünner. Und bei den dicken Lederhandschuhen aus dem Baumarkt kommt einfach nichts durch. Das wäre halt meine Wahl für die Handschuhe. Dann gehe ich hier einfach mal einen kleinen Gramm weiter. Ledergürtel ist auch ganz klar. Ich würde mir im Vorfeld, sofern es erlaubt ist, einfach polieren bzw. Abziehpaste im inneren Bereich des Gürtels einmal schön kräftig auftragen. Da bleibt natürlich nicht so viel dran durchs Tragen und so weiter. Aber wenn noch ein bisschen was bleibt, kann ich damit noch ein bisschen besser das Messer schärfen. Das würde ich sowieso relativ oft machen insofern, als dass ich da versuchen würde, dafür zu sorgen, dass das Messer gar nicht erst stumpf wird in dieser Woche, sondern immer schön wieder so ein bisschen einmal, ein, zwei Mal, ein, zwei Mal über Leder rüber und gut ist. Und dann ist es nicht verkehrt, Ledergürtel sowieso. Einfach sehr, sehr angenehm. Und da kann ich eben Polierpaste bzw. Abziehpaste eben von innen dran schmieren und kann da halt einmal mit dem Messer rüber und gut ist. Deswegen Ledergürtel fühle mich da auch ganz klar und auch nichts, wo ich drüber nachdenken musste. Dann kommen wir zur Hose. Auch hier ganz klar, ihr kennt alles von dem, was ich hier habe, weil das einfach die Sachen sind, die ich teilweise seit Jahren, seit mehreren Jahren einfach draußen verwende, immer wieder draußen verwende, für zig verschiedene Anwendungsgebiete draußen verwende und die ihr einfach immer wieder gesehen habt. Deswegen würde euch das meiste jetzt nicht so überraschen. Da habe ich hier natürlich eine schöne Lodenhose. Das ist die Waldkauzlosenhose. Kennt ihr auch. So, kennt ihr auch. Die ist einfach auch schön robust. Die ist wahnsinnig angenehm zu tragen. Es braucht sehr, sehr lange, bis da überhaupt Wasser durchkommt. Ich hatte, ich habe ja mal vor einiger Zeit, das ist jetzt gleich bei den Huber, den ich auch mit dabei habe. Da hat sechs Stunden Starkregen gebraucht, bis das Wasser dort durchgekommen ist. Sechs Stunden. Und ich bin bewusst, das war einfach auch ein Test, den ich da machen wollte, sechs Stunden lang durch strömenden Regen marschiert. Und erst dann fing es langsam an, dass ich von ihm dachte, oh, da kommt irgendwie an den Schultern langsam, also da, wo der Rucksack gedrückt hat, da kommt so langsam was durch. Und das ist einfach so eine Eigenschaft von Loden, die ich einfach unglaublich schätze. Und zu keinem Zeitpunkt war es so, dass sich der Loden unangenehm angefühlt hat oder irgendwie so Klamm auf der Haut oder sonst irgendwas. Auch als er dann wirklich irgendwann durch war, war der immer noch angenehm zu tragen, hat mich immer noch gewärmt. Und das ist einfach insgesamt ein super Gesamtpaket und ergänzt sich natürlich perfekt zu der Wolldecke, die ich mitnehme, weil Loden und Loden, also Wolle und Wolle zusammen sich einfach super ergänzt. Deswegen bei der Hose ganz klar die White Coats Lodenhose. Einfach super geile Qualität. Habe ich jetzt auch schon, müsste ich nachgucken, wie lange, drei Jahre, vier Jahre, irgendwas in dem Dreh, habe ich ständig an, also wirklich so außer im Sommer, habe ich die Hose immer in Verwendung. Und die ist noch immer tipptopp. Also ja, absolut. Und das Ding ist vor allem, auch wenn es dann unerwartet warm werden sollte, das ist ja auch eine Gefahr sein könnte, gerade jetzt bei heutigen Wetter ist das ja durchaus immer mal möglich, dass es ja ganz anders wird als erwartet. Bei Loden hat man einfach die mit Abstand beste Atmungsaktivität und den besten Temperaturausgleich und das beste Klima. Wenn es dann mal richtig brachial warm werden sollte, klar könnt ihr die Sachen sowieso ausziehen und könnt ihr in Unabüchs durch die Gegend laufen, wenn es so warm sein sollte. Aber wenn ihr euch schützen möchtet, wenn ihr vielleicht irgendwo marschieren müsst oder so und auch mal irgendwas durch müsst und euch da die Beine nicht aufschrauben wollt und ihr wollt die Hose einfach schlicht anbehalten und nicht in eurer Merino-Boxer-Shorts durch die Gegend laufen. Selbst wenn es mal zu warm ist für die Hose, eigentlich ist der Wärmeaustausch bei Loden so gut, dass man die auch anziehen kann, wenn es eigentlich für die Hose schon wieder zu warm ist. Wobei natürlich im Sommer ab einem gewissen Punkt ist ganz klar, durch die Dicke alleine wird es zu warm. Aber von Herbst bis Frühling einfach perfekt. Dann haben wir für den Oberkörper als Shirt bzw. als Longsleeve einfach mein Woolpower. Das ist ne, kennt ihr auch. Woolpower kennt ihr auch. Da werde ich demnächst auch irgendwann nochmal ein Video zu machen. Da habe ich seit anderthalb Jahren mittlerweile so einige Sachen, die ich da im Einsatz habe. Leider ist der größte Nachteil an Merino-Wolle, insbesondere Merino-Wolle eben, dass sie sehr empfindlich ist. Also ich habe mir hier relativ schnell meine ersten Fäden gezogen, meine ersten Löcher reinbekommen. Das tut dem Ganzen insgesamt keinen Abbruch und die Stücke hören nicht auf zu funktionieren dann. Aber ich würde zum Beispiel für eine Außenhaut würde ich ungern Merino nehmen. Auch für Handschuhe hatte ich mal Merino-Handschuhe. Da habe ich einmal einen Klettverschluss mit Bröt und dann hatte ich ja nur noch die Hälfte eines Handschuhs, zumindest an der einen Hand. Das ist wirklich so ein Nachteil, den man im Hinterkopf haben kann. Aber gerade als Zwischenschicht ist wirklich Merino ideal. Und es ist jetzt auch nicht so, dass es auseinanderfällt. Wenn der mal durch Dornen durchgeht oder einfach durch Gestrüpp, werdet ihr schneller Fäden ziehen, was nicht dramatisch ist. Das funktioniert immer noch genauso, wie es ist, aber es leidet schneller. Da ist jetzt der Loden hier, da könnt ihr durch Gestrüpp durchlaufen, da passiert gar nichts mit. Das würde ich hier nicht machen, weswegen ich auch gerade bei der Außenhaut wirklich richtigen Loden bevorzuge und da keine Merino-Sachen nehmen würde, ich persönlich. Aber eben als Zwischenschicht, als Shirt, Merino Longsleeve, ja absolut ideal. Als nächstes, den Kapuzenhubor kennt ihr auch schon lange. Ich mach mal hoch, so. Von Steinkauz, den habe ich auch schon seit einigen Jahren im Einsatz. Da habe ich auch schon ein eigenes Video zu gemacht. Und auch hier gleicht, auch hier gleicht das Gleiche wieder. Es ist wieder Loden, es ist hervorragend verarbeiteter Loden. Es ist eine super wärmende Zwischenschicht. Also es ist wirklich, ja, das sind einfach bei den ganzen einzelnen Sachen. Also jetzt gerade Hose und auch Huber, das sind die Sachen, die sich seit zig Jahren bewährt haben, wo ich keinen Moment drüber nachdenken muss, was ich nehmen würde, weil ich weiß, wie gut die sind und das ist einfach, das ist das, wonach ich greife. Also ich bin ja sowieso Steinkauz, Waldkauz, Klawottentechnisch eigentlich fast nur, weil die Sachen für mich einfach funktionieren. Die sind hervorragend von der Qualität her und ja, so sind das für mich auch die erste Wahl, was ich da an Sachen mitnehmen würde, weil ich mich einmal drauf verlassen kann. Wie gesagt, den Kapuzenhuber, da hatte ich sechs Stunden Dauermarsch durch Regen, habe ich ja eben erzählt. Und erst dann kam so langsam was durch. Also da hat man einfach guten, guten Schutz. Aber um den ganzen Schutz nochmal zu maximieren, habe ich hier, die habt ihr jetzt noch nicht so oft gesehen, die habe ich jetzt auch erst seit einem halben Jahr etwa. Das ist der Regensägen, ebenfalls Steinkauz. Das ist ein Panzer als Regenjacke. Das Ding ist richtig, richtig cool. Da werde ich auch, wenn ich ihn noch länger habe, werde ich auch nochmal ein Video zu machen. Das ist halt gewachste Baumwolle und zwar nicht irgendwie dünne oder sonst irgendwas, sondern so richtig schön. Ich weiß jetzt nicht, wie viel uns das war, müsst ihr nachgucken. Aber richtig schwere und robuste. Damit könnt ihr durch eine Brombeerhecke durchrobben und das wird die Jacke überhaupt nicht kümmern. Da passiert gar nichts. Die ist regenfest. Also das ist auch einfach klar, gewachste Baumwolle, super robust. Super, 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 super wasserabweisend. Also regenwasserdicht ist sie nicht. Es ist halber in der Naturfase. Das heißt, es könnte irgendwo mal ein Tröpfchen durchkommen. Habe ich bisher noch nicht erlebt. Habe ich bei zig Angelansitzen, auch wenn ich wirklich über zig Stunden teilweise die ganze Nacht am Wasser saß. Dementsprechend ist das für mich die Außenhaut für dieses Ganze. Denn ich habe nochmal einen zusätzlichen Regenschutz. Ich habe nochmal eine richtig robuste Außenhaut, wo noch weniger, also wo einfach gar nichts mehr passieren kann. Schon bei dem Kapuzenhuber würde ich durch Gestrüpp laufen, ohne dass ich da ein schlechtes Gefühl hätte, dass mir irgendwas kaputt geht. Aber das hier ist einfach noch, das ist einfach nochmal drei Stufen drüber, was die Robustheit angeht. Auch durch dieses kräftige Material. Es ist super, super Windabweisend. Das heißt, ich habe dann auch noch mal eine zusätzliche äußere Schicht, die den Wind draußen lässt. Ich habe wieder eine Kapuze dran. Also ich kann es wirklich auch für die Nacht gerade. Das ist einfach auch das, was mir immer wichtig ist, dass ich dann alles so dicht wie möglich machen kann. Ich kann mir schön die Mütze auf und roll die dann auch runter, dass die noch ein bisschen mit über die Augen geht. Ich ziehe die Kapuze vom Huber drüber, mache mir die klein. Ich ziehe mir die Kapuze von dem Regensägen drüber, mache mir die klein. Ich mache überall den Reißverschluss. Dann habe ich wirklich nur so einen kleinen Schlitz, der auch frei ist. Auch wenn Mücken kommen, ist das nochmal ganz gut, dass man sich so gut wie möglich eingepackt hat. Ich würde nachts dann sowieso alles anziehen. Also die Socken würde ich dann nachts über die Hose machen. Merino, Unabüchs, vielleicht nach draußen. Socken, je nachdem, wenn es die Temperatur zulässt, würde ich auch die Socken über Nacht auslüften lassen. Wenn es die Temperatur nicht zulässt, falls einfach zu kalt ist, dann würde ich wirklich nochmal die Hose einschlagen und die Socke über die Hose, also einfach die Hose damit dicht machen, Handschuhe anziehen und dann wirklich in die Wolldecke eingerollt, dass man wirklich so das Maximum rausholt an dessen, was man eben da hat. Das ist aber natürlich immer temperaturabhängig und wenn es nicht so kalt wird, würde ich natürlich mehr Klamotte draußen lassen und die auslüften, wenn es richtig asig kalt wird, dann entsprechend mehr anziehen. Das sind so die Sachen, die ich einfach für mich wählen würde und wo ich wirklich nicht einen Moment nachdenken musste. Mir war klar, Wollmütze, mir war klar, dicke Lederhandschuhe, mir war klar, dicke Wollsocken, mir war klar, der Kapuzenhuber, das ist nach wie vor meine absolute Lodenlieblingsjacke, die einfach schon so viel auch mit mir gemeinsam erlebt hat und mit dem Alter halt auch immer schöner wird und die auch noch viele Jahre mich begleiten wird. Und der Regensägen als relativer Neuzugang, der auch schon einiges mitmachen durfte und musste, der einfach als Außenhaut perfekt ist, weil er alles nochmal abschließt. Die Lodenhose, die mich auch schon seit vielen Jahren begleitet und auch einfach alles mitmacht und wo man sich auch mal hinknien kann in was Nasses, ohne dass es sich gleich durchdrückt und so weiter. Woolpower jetzt seit anderthalb Jahren etwa im Einsatz auch einfach absolut bewährt. Vorher hatte ich Baumwolle, das fand ich auch gut, aber war noch nicht ideal. Da ist Merino-Wolle einfach wesentlich, wesentlich angenehmer und einfach eine für mich perfekte Kombination. Sondern das Ganze einfach zu einem runden System zu machen. Jetzt soll es das aber wirklich gewesen sein. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ab in die Kommentare damit oder schreibt mich über meine Homepage gerne an. Die Sachen verlinke ich euch immer, das ist relativ einfach. Wildcourz und Steinkourz, da sitzen die Sachen. Woolpower kennt ihr auch. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt mit Seven vs. Wald durchversprochen. Das Einzige, was ich vielleicht mache, aber da werde ich keine Verknüpfung zu Seven vs. Wald machen, denke ich. Dass ich wirklich, einfach weil ich Bock drauf habe, mit diesen sieben Gegenständen, die ich euch im letzten Video gezeigt habe, im Herbst einfach eine Tour machen werde. Keine sieben Tage, ich denke mal irgendwie so zwei, drei Tage irgendwas in dem Dreh. Da werde ich dann schauen und muss ich auch schauen, insofern, als dass ich in Deutschland natürlich schwerlich die ganze Zeit Feuer machen kann. Deswegen muss ich mir da noch etwas überlegen. Kann auch so sein, dass es ja so ein bisschen variieren muss, aber das werdet ihr sehen, wenn es soweit ist. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal.